Das war sein letztes Wort Okay, das war gut! Two! Today's the 12th. Yesterday was the 13th. Und es ist Teeman, und wir sind auf der Weg nach Dober. Wir fahren den Boten über die Kelle. Und dann fahren wir 50 miles auf. Und ich habe das Felt-Bit. Das ist Alan mit der Torge. 50 miles auf der Ostend. Und dann über 50 miles. Ich habe das Felt-Bit. Ich habe das Felt-Bit. Ich habe das Felt-Bit. Du hast auf der anderen Seite. Ich freue mich. Erst muse, 2nd, 6nd. Auf Wiedersehen. Wir haben die Tele geben in den Ver swingen. Ich bin natürlich ... Das ist der erste Klasse. Dave hat das erste Cheese Sandwich. Wir sind dann. Wir sind jetzt auf der Dolbe. Wir wissen nicht, was der Klasse wird sein. Derrick und ich sind in Angst. Ja, ich pepsi. Wir sind bei der Lifeblocks. Wir haben die Arbeit jetzt. Wir sind in der Office. Wir haben jetzthin. Wir sind jetzt in der Office. Das ist unser ganzes Kavir. Wir sind in ok? Wir sind mal Carr京. Das ist Junior. Wenn man einen Reaktor hat, wird es möglich, wenn man die Kanko nicht auf einen Frage geht. Das ist es? Wir sind nicht auf alle胡sten. Wir müssen noch auf einen Spunnen selbst auf den anderen Angst sagen. Was denn das ist ein guter Aufmerksamkeit? Das ist das nicht? Das ist ein schönes Löffel. Das ist ein schönes Löffel. Okay Jimmy. Komm schon, noch ein bisschen mehr hier. Ich glaube, das ist wirklich gut. Ich weiß, dass ich ihn schon mal auf diese Löffel gemacht habe. Aber ich bin jetzt auf sie. Die ist so gut. Wir sind jetzt da. Ich denke, ich bin jetzt noch nicht mehr. Ich bin jetzt noch ein. Ich bin jetzt in der Bar. Ich habe vieles Brandy. Und ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt noch ein. Ich bin jetzt auf die Hände. Ich bin der Dereck. Ich bin der Dereck. Ich bin der Dereck, der Pilot. Ich bin der Dereck zurückgegangen. Ich bin der Dereck. Es ist ein Dereck wie ich auf dem einen Saut runne. Ich bin der Dereck. Ich bin der Dereck. Es ist wirklich eine Dereck. Es ist ein Wesen, ja. Und hier sind wir hier. Wir haben uns in den Hotel gekommen. Ich bin jetzt hier im Hotel. Und wenn wir hier waren, haben wir noch nicht bereit, aber dann haben wir uns umgebracht. Aber dann haben wir uns geholfen. Wir haben dann die ganze Zeit geteilt. Wir sind jetzt hier ein paar Minuten. Wir sind jetzt noch ein paar Minuten. Wir sind jetzt in die Krankenhaus. Wir sind hier der Hotel. Hier ist der Verlager. Wir gehen jetzt hier an. Wir gehen jetzt zum Campen. Ich habe ihn schon gesagt. Jetzt explain in ein paar syllables. Was ist passiert? Ich kann nicht sagen. Wir haben nur eine Frau. Wir haben jetzt eine Stunde. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden, versuchen wir an den Armee zu finden. Wir sind jetzt nur drei oder vier Kilometer weitemend. Wir sind noch nicht. Wir können noch nicht finden. Das Frau ist in front of uns jetzt. Ich zeige euch jetzt. Diese Frau hat gesagt, ich werde dich da nehmen. Die Tally-Hole haben keinen Problem. Wir haben uns überlegt, dass sie komplett lost ist. Dann erwartet sie, dass sie uns verletzt. So, wir werden Sie wissen in einem Monat. Wir werden Sie wissen in einem Monat. Nein, hör an- Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. I'll take home and take me away Free love, crazy Well, I'm cute, you're on record now Ruh, we're all up, babe I love everyone This is Alan pissed I mean, sorry, this is Alan drunk We're on our way back to the hotel It turned out a good night After all It was crap, but Alan's that drunk we had a good night So all we gotta do now is find our way back to the hotel We're going to Falling Boston tomorrow Alan, not Alan, Alan says We've had a good night, yeah Everything went fine, the PA went off But we went alright Everyone loved it, so we're not getting shuddered The PA We're gonna keep it now, mind me Scotchy Dave, what did you tell you about those bumps? Alright Dave, here we go This is Dave trying to find his way on the camera Yes Yes, go on, we better have you a bit on the camera Just filming it Had a good night? Yeah, we had a good time Thanks very much again Thanks for taking care of us Thanks a lot Here we go Off we go to Where are we going tomorrow? Holland 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 tomorrow Here we go Amsterdam See you, thanks a lot You're obviously meant to let him go You're on it You're on it Well we've just arrived here in Holland It's the hotel room It's a lovely hotel here in England To show you the back there Just follow me There we are, we're setting up Club 13 Club 13 I'm Holland I want to begin with a kit I can't even know you're in here Thank you Thank you He's been doing a few bugs I want to I want to I want to Well that snub's gig went very well I'm very pleased It was international K-L where we went down the road There's martial arts This is our hotel we're staying Hotel Hailey h-a-r-o-r-of. Hel homeland It's the last night After breakfast cool What's the choice of breakfast? passer So later on Wie ging einst bald sich reserviert, es schmeckt mir noch das kleine Ding. Wer's nicht kennt, macht es leicht gegen ihn und seiner Unvermessung. So süß, so ein Zehnpüftelbein, ja seine Ruhe überhört es. Hier ist ein Bild von dem Hotel, hier war es seit einem Unternehm allora. Das war es komplett verletzt, hier ist ein Bild aus dem Hotel. Das ist gerade an der Hauptbahnhof der Hauptbahnhof, hier in Munster. Es war eine große Stadt, für den Stehlen. Es ist ein Armoury, das ist was unsere Planeten zu tun. Und das ist der Hotel jetzt. Es ist jetzt wieder neu. All right Dave. Ja. Wir sind jetzt bereit. Es geht um Bielefeld. Ich denke es geht um Bielefeld. Paderborn. Oh Paderborn. Sorry Dave. Okay I'm on. Ja. Es ist Degs. Just loaded his camera up. All right Degs. All right. You're filming it. Oh. Where are we going Al? Paderborn. I've never seen himself in the grass at all. Oh yeah. You look stupid. You're later lads. You're later. Al. Action. Well I'm just going to back up is what the lads have said to go to Paderborn. Just want to be on the film. Haha. Then we'll get up to. We've just arrived in here. Paderborn. Yep. Dave got us lost. Ten miles. We'll let him off because he's sick and it's no worries. Okay. So. Just going in to check in. There's another hotel. Sweet Soros. And there's a dining room. There's another hotel. Sweet Soros. And there's a dining room. what you doing. What you doing Al. What you doing Al. Rottings. The camps. Go hat. The camps are nice. We're in Elson at the moment. And we've got to go to Paderborn. Oh Paderborn. Paderborn. Radbair. Yes. And there's the German Shepherd. Das ist ein Tori, ein Tori, ein Tori. Hier sind die kleine Kinder. Tori! Oh, hier ist Alan. Er ist zu sein, hallo Al! Alan! Ich kann nicht hier sein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hier sind wir an der 5 und 3 Club. Das ist ein Tori. Das ist ein Tori. beim Da werden also ein Toriily gefahren. Und wenn wir wieder in den Backen der Wand. ... ... ... ... ... ... Ich bin ja da, wir sind dran, da wird es fertig. Im Zettel! Und da, Take 2. Wir sind hier im Jerni, auf dem Ritz geht und wir machen den unseren Show. Es ist nicht viele in den Audio, aber wir haben uns einen guten Show. Happy Dess! Ja! Wir haben eine gute Show. Ich bin all right, ich bin okay. Ich bin auch jetzt. Ich kann mich nicht mehr auf den Chat. So, wir sehen uns später! It happens every time I've been many blue I've been my turn With my love, yeah But I'll be a little girl Like a woman for mine You always breaks my heart in two It happens every time Yeah, gosh, that a random pulse Come on, guys, let's hear it now Come on, sweet, I'll get you later Oh, well, that's right You'll be doing it later Oh, cool Come on, just get a round of applause Come on, now, let's hear it, everybody Here in Germany No, no, dear You're not going to plan the field, boys Come on, buddy, yes, sir Come on, what is your name, sweetheart? Don't I? No, come on I'm not going to plan the field, boys Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und was hat mein Littl-Sweet-Hodt bekommen? Eine Bottle von Champagne. Das wird die Tour viel besser. Danke sehr, Sweet-Hodt. Und ein Lively Chocolates. Ich werde das mit den Lads auf dem Weg zu der nächsten Buching. Und wir werden das später zum Celebrate. Ich zeige euch die Cards. Und dann bin ich die Linn. Das sind die Cards. Das sind die Möne von Joyce. Das sind die Cards. Und hier ist die Cards. Und hier ist die Cards. Das hat die Cards. Die Stuck in die Schule. Ein bisschen mehr von Robert, ich denke. Oder Shelley, ich weiß nicht. Die Cards. Ein bisschen mehr von Ros. Das ist die Linn, meine kleine Wife. Hallo, Shelly, das ist Daddy. Hallo, Love. How are you? Thank you very much. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Daddy. Happy Birthday to you. Oh, thank you very much, Love. I'm videoing this at the moment, so it's a little bit tricky, but I can hear you. Thank you very much for your lovely presents. I've just opened them now. Shelly, that card you did, Shelly, was really lovely. I can't hear you very well. Oh, I'm sorry, I'm talking to the video. Right, I'm going to talk on the phone now. Right, I'm back on the phone now. I'm filming it, Love, you know, as I'm doing it. Thanks very much for those presents, Love. They were lovely. Chocolates and the champagne. Oh, it'll be great, that and the cake. We're shelling, isn't she there? Hello, Chell. Thank you very much for that lovely card. And Robert, I'm missing you all very much. And it just seems so long since I was there and so long since I'm coming home, but it won't be long, will it? Does that, to Alan and Joy? Oh, yes, it is. Lovely. A little bit of shaking in the box. I thought, what is it? And then I realised it wasn't a maraca. When I opened it up, it's a cave. And I'm holding it up now, Love, just to show you back. You'll see this on the video. Oh, aye, it's only one piece. So, Robert. Hello, Robert. Hello, Robert. Oh, yeah. Is that happy birthday, Daddy? I think that's happy birthday. Say, Daddy. It's happy birthday in German. Say, Daddy. Love you speak in German. Say, Daddy. I'm going now, Robert. Bye-bye. Bye-bye. And I'll speak to you soon. And thanks very much for all your presents once again. Okay, I love you very much. Bye-bye, sweetheart. Thank you. Bye, love-bye. Well, that's the family. Back to reality now. I'm getting ready for the trip. 30 miles down the motorway. And get ready. It's open. Champagne. Schnaz, das war sein letztes Wort. Er trug in die Englein fort. Schnaz, das war ein Brüch Wiegen. Einst als ich mir servierte Es schmeckt mir noch das kleine Ding Wer's nicht kennt, hat es leicht gegeben Und seiner Hohen verlesen So süß, so ein Zendüftelbe Ja, seine Ruhe, Herr Röhe Ja, seine Ruhe